Anne Wünsche, 30, kehrt ihrem Feriendomizil den Rücken. Die Influencerin hat erst vor wenigen Monaten eine Wohnung auf Mallorca gemietet. Zunächst sollte diese erst mal nur als Ferienwohnung dienen. Ganz ausschließen, dass sie irgendwann mal auf die Sonneninsel auswandert, wollte Anne damals allerdings nicht. Inzwischen hat sich aber einiges im Leben der früheren Berlin-Tagnacht-Darstellerin geändert. Sie erwartet ihr drittes Kind und hat ihren potenziellen Wohnsitz auf Mallorca daher nun aufgegeben. Ich habe schweren Herzens letzte Woche meine Wohnung auf Mallorca gekündigt. Da bin ich schon traurig drüber, aber ich glaube, das ist einfach die beste Entscheidung, verrät sie ihren Followern sichtlich mitgenommen in ihrer Instagram-Story. Anne ist sich sicher, dass sie nicht mehr oft dazu kommen wird, nach Mallorca zu fliegen, wenn ihr Baby erst mal auf der Welt ist. Weiterhin die Miete für die Wohnung zu bezahlen, lohne sich daher nicht. Annes drittes Babyglück ist noch ganz frisch. Sie ist gerade einmal in der sechsten Schwangerschaftswoche, wollte ihre große Freude aber schon mit ihren Fans teilen. Vor wenigen Tagen postete die werdende Mama sogar schon ihr erstes Ultraschallbild. Tipps für Promiflash? Einfach e-mailen tips-at-promiflash.de